Achso, hast du Dynamit hingelegt? Ja, ja. Tot. Fuck! Stopp! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen fetten Folge Battlefield 1 in Multiplayer. Und endlich, Junge. Endlich, der Star ist back in the building. Ken is back. Kenny is endlich back. Ken is back. Endlich, Alter. Endlich hat er sich das Spiel gegönnt. Vor einer Woche oder so, oder? Wie bitte? Vor einer Woche oder so. Und ich bin schon Level 50 oder so. Mensch, Spaß, Mann. Ich hab mir das vor einer Woche gekauft, ja. Und schon Level 18 oder so. Was? Ich bin Level 19, Junge? Von Releaser? Achja, und? Von Sniper habe ich schon die stärkste Waffe angeblich. Also Sniper-Rank bin ich schon in Rang 10. Krass, Alter. Heftiger Boy, ne? Boah, Alter, den haben mich richtig übel Turn-On gegeben. Alles klar, erstmal zu B, äh, nee. Also, Leute, ihr wisst Bescheid. Kenny Boy is back. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos mit uns beiden, in Battlefield 1 will ich ein bisschen Liebe sehen. Smash den Like-Button. Junge, als wenn's keine Ahnung wäre, Alter. Eure Frau. Nein, Spaß, Mann. Aber nur auf dem Arsch, so Smash, weißt du? So Spanken. Spank. Spank den Body. Also, wie gesagt, Leute, eskaliert richtig in den Bewertungen. Lass den Kommentar da. Ja, immer schönen Daumen hoch. Genau. Das sieht immer richtig gut aus. Dann wissen wir auch, dass ihr das sehen wollt. Äh, Kenny, spielt hier nicht mit unter 2000 Likes. Deswegen, also, haltet euch ran. Ich bin nicht so billig. Er ist Premium. Ich bin Premium. Da müsste schon 2000 Likes drin sein, wisst ihr uns? Und die... Shit. Aber, gib einen schönen Daumen hoch. Kommentiert schön. Die Kommentare sind ja auch immer lustig. Stimmt. Stimmt. Wer die Videos von uns in der Beta gesehen hat, kann ja einfach mal... Hashtag... Hashtag Beta. Ich war dabei, oder was? Nee, ich war dabei. Ich war dabei. Okay. Dann wirst du bescheuert, wer dabei war. Genau. Dann musst du mal so ein paar mehr Hashtags machen, weißt du? Ja. Und sagen, wer bis hier geguckt hat, schreibt einfach mal Hashtag... Gucken, oder was? Nee, nee, nee. Wir machen... In 10 Minuten machen wir noch einen. Ich hab noch... Ich hab schon einen Anstart. Okay, gut. Dann sieht man auch immer so, wer dabei ist, und wer das wieder komplett guckt. Weil Leute, die... Es gibt Leute, die gucken nicht ganz. Weißt du, ich meine? Ja, ja. Es gibt voll viele... Es klippen dann irgendwo. Hier im Bunker, glaub ich, oder? Boah, ich bin da zu schlecht, ne? Obwohl ich eigentlich Snapper am Gott bin. Ich... Ich probier nochmal... Mach mal D, schnell, schnell. Vielleicht kannst du noch... Ah, das ist schwierig. Boah, fuck jetzt. Ich war noch... Ich war noch im Diener drin, ne? Warte mal. Wo sind die Gegner? Unwo dahinten, ne? Ja, hier in der Nähe kommt einer. Wenn er nicht schon tot ist. Alles klar. Wieso heilig so langsam? Was ist los? So, was hast du denn jetzt als C angegeben? C, oder was? C, ja. Alles klar, Brüder. Reinde, reinde. Wir machen das fertig. Boah, heilig. Boah. Erstmal hier links laufen. Jo. Oh, ich glaub da ist irgendwo ein Sniperbob. Ja. Hast du ihn? Nein. Da oben ist er. Boah, scheiße. Alter. Mach mal bei C deine Leuchtgranate. Jo. Alter, wir sind hier mit 30 Mann oder so gefühlt. Aber ich muss echt sagen, ey. Ich finde die Map überhaupt nicht geil. Ne. Die Map ist echt scheiße hier. Ich weiß nicht, die geht. Diesmal wenigstens nicht so krass offen und so riesen. Alter, ist der weggeflogen. Nicht so groß wie andere, Alter. Ich bin eher so ein Sniper-Spieler, weißt du? So ein Sniper ist das echt tödlich, die Map hier. Ja. Was? Was heißt, ich bin Sniper-Spieler? Ich bin noch dabei, das zu lernen so wirklich, weißt du? Ja. Hol mich doch Sni, so sieht's aus. Aber ich muss sagen, ich bin stolz wieder bei dir dabei zu sein. Dreck drei Kreuze im Kalender machen. Dreck wie dein zweiter Geburtstag dieses Jahr. Ja, ne? Mann, Alter. Direkt Weihnachten, Ramadan, Ostern und so, alles. Nein. Alle schönen Feuerzeuge dieses Jahres. Ja. Ja. Oh, wir müssen D verteidigen. Hä? Stimmt, D, Alter. Ja. E haben die auch schon, die kleinen Pisser. Wir müssen noch ein bisschen versuchen zu verteidigen, weißt du? Dass wir nicht so schnell mal was verlieren. Oh, irgendwo bist du angeschossen, Bro. Hä? Wo sind die denn? Ne. Ne, D ist... Können wir wieder erobern. Äh, das macht der aber. Wir kommen von... Von E kommen wir jetzt. Oh, fuck. Da unten. Ah, ah, ah. Ist er tot? Ja. Oh, ich bin auch tot. Aber wir sind noch mehr. Boah, ich spiel so schlecht eigentlich von mir. Boah. Was? Du spielst wie viel? 17-10, ey, Bro. Ich geh richtig ab, Jungs. Hast du heilt mich trainiert, oder was? Ne. Ne. Ich zock ja nur, wenn ich aufnehme, deswegen. Boah. Schon wieder bin ich tot, ey. Scheiße. Wir können ja mal wieder so Sniper-Duells machen, weißt du? Kann man machen, ja. Wann die Leute Bock drauf haben? Warum nicht? Ja, wahrscheinlich, Alter. Ey, nicht so weggebombes, Alter. Bin ich der Einzige? Warum ist da niemand? Ja, ich wollte gerade bei dir spawnern, bis du gestorben bist. So. Warum bin ich als Einziger hingeladen, Mann? Ja, aber ich komme da hin jetzt. Einsatzziel Albert erobert. Ey, ich bin so schnell tot, ey. Alter, wir rapen die übertrieben heftig gerade. Wir haben gleich alle Flaggen mit E. Und leider werde ich heftig geraped. Richtig den Popo. Ja, das nennt es eher nicht Rape, das nennt es ja richtig geile Aktionen. Ich find's ja geil. Was hast du früher mal gesagt? Baun auf Junge oder so? Ja, Baun auf. Fünf Euro ohne Gummi, Junge, ich mach alles. Also zu dir hab ich das gesagt. Nicht zu mir. Hat wohl so begann meine Karriere und dann hab ich mich gerettet mit YouTube-Juggen. Stimmt, wir waren damals Nachbarn, so weißt du. Waren aufs Klo, Alter. Und dann wurdest du entdeckt und ich nicht. Oh, fuck. Granate! Dreierke! Nein! Fuck. Hast du überhaupt nen Kill gemacht denn? Nein. Aber ich hab 166 Schatten gemacht. Alter. Boah Junge, was die übertreiben. Was? Ich wurde so heftig weggesprengt. Wieso spiel ich eigentlich auf der Map mit Sniper? Ich versteh's immer noch nicht. Nein, 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 Alter. Was machen die Furzgesichter? Alles gleich. Er knüppelt die so tot, Alter. Das juckt den gar nicht. Junge, die sind so heftig bei D in den Bunkern drin. Ja, ne? Boah, ich bin nur am Sterben. Warte, ich nehm eine andere Waffe. Sniper kannst du nicht vergessen, ey. Obwohl, ich geb noch eine Chance, geb ich Sniper noch. Ich spawner bei dir. Muss aufpassen. Überlege. Boah! Schnellweilig! Boah, das geht, du. Das glaub ich nicht. Oder? Geht es? Nein! Scheiße, ich bin tot. Aber ich hab einen gekillt mit einer Granate. Ich bin so heftig am Arsch, Alter. Ja, komm, ich nehm jetzt. Auf jeden Fall, nee. Doch, ich nehm mal seine... Nee, doch nicht. Ich nehm Sturmsoldat. Dreck eingekillt, ey. Boah, bin ich der... Nein! Der tot. Ich wollte grad sagen, ich bin der Hälfte. Ey! Boah, fuck. Ich war so verwirrt. Ich wusste nicht, wo die sind. Scheiße. Weißt du, was ich bemerkt habe irgendwie? Na, was denn? Bei Battlefield, ne? Wenn du so Sturmsoldat oder allgemein so mit Pistole schießt, wenn du so in den Scope reingehst, dann... dann verzieht das irgendwie noch krasser, find ich. Wie meinst du's? So, wenn du aus der Hüfte schießt, dann schießt du genauer. Ja. Das haben wir ein bisschen verkackt, find ich. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter, was wird hier so bombardiert? Ach so, der Zug, oder? Ja. Ah, fuck. Jetzt kommt der zu. Ich hab mich selbst umgebrockt. Wee, was schmachst du denn links ab, Alter? Alter, Leute, siehst du's? Alter. Ich bin so schlecht einfach gerade, ne? Na, dann schauen wir mal kurz. 8 zu 16, Junge. Ja, aber ich bin noch mit Sniper gar nicht drum gelaufen. Ja, jetzt kommen direkt wieder die Ausrede. Ey, das ist keine Ausrede. Man kennt ihn, ey. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hinlaufen darf, ehrlich gesagt. Ich bin direkt tot. Ja, ich hab nen Kill gemacht. Ja, ich hab nen Kill gemacht. Der letzte Zug kommt, Junge. Ich hoffe, gleich kommt's gleich wieder eine offenere Map, die ist so für meine Swiper-Künste. Kommt der Scheißzug jetzt mal? Achso, hast du Dynamit hingelegt? Ja, ja. Tot. Fuck! Scheiße. Boah, bist du auch so hochgeflogen? Oh, normal. Oh, normal. Der hat unser Dynamit weggesprengt. Der Bisser. Scheiße. Ich muss mal Befehle geben, ey. Ich vergesse das die ganze Zeit. Ja, du kennst halt nur von so aus, dass du von deiner Frau Befehle bekommst. Ja, irgendwie schon, ein bisschen. Trotzdem hab ich die Eier. Hast der gerade gehört? Und ich sagte, ja, Schatz, wir wollen aufhören, geh mal raus. Die so, ja, ich bin jetzt weg. Du trägst eine Schelle gegen dir. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn du jetzt weggehst, kriegst du eine Schelle. Okay, so, Entschuldigung. 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 Nicht, dass die Leute denken, ich bin ein Frauenschläger. Hä? Smack that booty, oder? Ja. Leute, wie gesagt, wer hier noch zuhört. Hashtag Smack. Smack that booty. Hashtag Smack. Aber ehrlich, Frauen sagen immer so, nein, ich möchte das nicht. Hör auf, Schatz. Aber insgeheim mögen die es so richtig so, dass sie den Arsch brutal gelapet kriegen. Surprise Part 6. Ja. Ja. 2017. Apropos Surprise Part 6, du hast das wieder jetzt auch gesehen, ne? Ja, ja, ja. Richtig dumm. Da frag ich mich, wie kommt man auf so eine Scheiße. Ey, ich bin nur am sterben. Surprise Part 6. Das waren Zeiten, ey. Wir verlegen Einsatzziel das. Hashtag E-Wischen. Ey, Alter, was geht denn da ab? Ich bin nur am verlegen, du auch? Nö, 26 Sieg so. Wir haben Einsatzziel Cäsar, hallo. Ich geh hier einfach krass ab, Alter. Ich nicht, ich bin auch nochmal am verkacken. Wir haben jetzt D. Na ja. Granate ist raus. Ist das jemand? Unten? Hier, warte bestimmt einer gleich. Oh, bei E. Da kommt gleich einer bei dir vor sich. Ach, Mann. Ach, so wenig Munition. Ist ja auch klar, wenn man alles verballert. Jetzt geh ich langsam ab, ey. Jetzt, wo es fast vorbei ist. Wie viel steht's? Äh, 880 zu 704. Boah. Okay, E gehört uns. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Oh, fuck. Wo sind die denn? Bei E. Scheiße, 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 scheiße. Bei E? Ja. Richtig viele, ey. Wir verlieren Einsatzziel Emil. Nein, von der Seite der Seitenficker. Ach, scheiße. Ey, ich hab in einer Runde, ohne zu sterben, sechs Leute gekillt. Ey, wo sind die denn? Unten, oder was, bei E? Ja, ja, unten. Oh, E wird eingenommen, ne? Müssen wir aufpassen. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Der Scheiße ist real. Boah, hab ich dem gegeben, Junge. Ich hab nur noch 9 HP, Alter. Ich... Schnell jetzt kurz. Wir verlieren Einsatzziel David. Oh. Ey, diese Gasscheiße ist auch nervig, ne? Ja. Ich glaub, die sind immer noch unten bei E. Ja, hab ich auch das Gefühl. Mister Aiming schlägt zu. Oh, Gott. Ich hab so verzogen, wie er entspast. Alles klar. Oh, ich wollt schon sagen. Ist da ein Sanitäter bei uns bei der Nähe? Nein, ne? Nein. Oh, ho, 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 ho. Woh, die Gesichter. Oh, ho, ho, ho. Der steckt bei mir jetzt in der Wand drin. Ich hab so verzogen, ne? Ich hab so verzogen, ne? Ich hab so verzogen, ne? Ey, ich verliere eh. Ne, wir haben eh schon verloren. Ich kann eigentlich gar nicht spawnen. Scheiße, super. Ich hab's kaputt, Alter. Rögt mich nicht. Alles klar, ich bin schon wieder tot. Ey, wie ist eigentlich die Automatico? Spielst du die? Ja, die ist richtig gut. Ab wann kann man den freischalten? Oh, Mann. Ich find so ein Käse-Gesicht, Alter. Nein! Ich weiß gar nicht. Ich hab Level 3 oder 4 oder so. Automatico Sturm. Automatico Sturm. Okay. Scheiße. 30, 20. Mann, ich wollte noch über 10.000 Punkte kommen. Schaff ich's nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Weil ich ein Loser bin. Weil ich ein Loser bin. Und Sieg. Ach, locker, easy. Ich spiel 15, 22. Standard. Okay, gut, Leute. Das war's denn für diese Folge. Wenn ihr Bock habt auf weitere Videos zu Battlefield mit Kenny, lasst eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare die Hashtags, wenn ihr dabei gewesen seid. Und ich hier zu... Ja, boah, ist voll langweilig. Die machen gerade nicht ein Fünffach-Gill. Ich schwul nach vorne. Die hauen nicht mal ein Rhyme nach den nächsten. Voll langweilig. Echo Fresh, ich kenn die Chef-Jungen. Nein, ich mach's mal. Wir hören uns mal nächstes Mal, Leute, wenn ihr Bock habt. Haut rein. Und tschüss. 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 Tschüss.